Ich weiß nicht, der eine oder andere von Ihnen wird vielleicht den Aktenwagen der SPÖ kennen, den Großen. So sagen wir heute auch mit, und zwar ist da drinnen unheimlich viel Popcorn. Also wir schauen uns heute an, wie sich die Koalition matcht. Ich bin schon sehr gespannt, weil der Kollege Hangar hat sich nicht verbergen können, da ein bisschen eine schilmische Freude an den Tag zu legen, das heute auch einmal in Grünen geladen ist. Und ja, wenn sich die Kollegin Thomas Selly vollständige Befragungstage wünscht, dann werden wir dem natürlich auch noch entgegenkommen, weil es ist dann doch der eine oder andere Grüne auch noch da, der zu befragen wäre. Also da kann man doch einiges draus machen. Der Herr Schimpel ist heute insofern ein interessanter Gast im Untersuchungsausschuss, weil ja das grüne Pendau zum schwarzen Herrn Perner ist in der Kofag. Und weil wir ja wissen, nicht zuletzt auch aufgrund des Rechnungshofberichtes, der uns ja allen vorliegt, dass dort auch nicht alles eitel geworden ist und dass dort auch nicht alles so ganz optimal heruntergegangen ist. Und natürlich werden wir einige Fragen genau in diesem Zusammenhang haben. Was den Herrn Schimpel und den Herrn Perner verbindet, ist folgendes, das ist nämlich die Provenienz aus der eigenen Partei. Und auch der Herr Schimpel hat ja eine sehr, sehr interessante Vorvergangenheit. Er war Büroleiter der Grünen in den Jahren 2016 und 2017. Das heißt, er kommt direkt aus der Struktur der Grünen heraus. Und da stellt man sich schon die Frage, warum genau solche Vertrauenspersonen dann schlussendlich in eine ausgegliederte Gesellschaft entsendet werden müssen, die mit Milliarden jongliert. Und wo man ja bis heute nicht weiß, ob dieses Geld auch dort angekommen ist, wo es eigentlich hingehen hätte sollen. Das Einzige, was wir wissen, ist, es war wichtig, die parlamentarische Kontrolle auszuschalten. Zu mir ist Schimpel aber noch etwas Interessantes. Ich weiß nicht, ob Sie das in Ihren Recherchen auch schon gesehen haben, aber der Herr Schimpel war ja auch Manager bei PricewaterhouseCoopers. Und das ist insofern interessant, als es genau diese Firma ist, die sich ja mit der Kofa eine goldene Nase verdient hat. Also die haben ja Beraterverträge oder beziehungsweise Leistungen um über 400.000 Euro erbracht. Und da steht sich schon die Frage, dann gibt es da keine Abkühlungsphasen, gibt es da keine Compliance, gibt es da gar nichts. Also im Prinzip haben die Grünen nichts anderes gemacht, als die ÖVP tagtäglich. Sie haben auch einen Vertrauensmandat hingeschickt mit Wirtschaftsverbindungen und schlussendlich sind dann entsprechend hochdotierte Aufträge dort gelandet, wo dieser Herr grundsätzlich hergekommen ist. Interessant ist auch, wenn die Grünen sagen, naja, also bei uns ist alles super sauber abgelaufen und die ÖVP hat da jetzt vielleicht in der Kofa nicht alles ganz gerecht gemacht. Naja, wenn man sich den Mailverkehr anschaut rund um den Herrn Schimpel und wenn man sich anschaut, wie es in der Gründungsphase der Kofa gewesen ist, und wenn man weiß, dass aus dem Kabinett Gewessler Schreiben existieren, wo aufmerksam gemacht worden ist drinnen, naja, jetzt müssen wir schon aufpassen, dass sich die ÖVP dort nicht übervorteilt in der Kofa und wir müssen da entsprechend was entgegensetzen, dann ist es für mich eine interessante Frage, die natürlich zu diskutieren und zu behandeln ist. Und ja, jetzt kann man sagen, die Grünen wollten den ÖVP-Postenschacher dort vielleicht bis zu einem gewissen Grad ausbremsen, aber sie haben es genau mit der gleichen Waffe gemacht, sie haben selber einen Postenschacher veranstaltet und schlussendlich jemanden genommen, der wie gesagt aus dem tiefsten Inneren der Grünen kommt und dann auch noch vielleicht ein paar nette Verträge für PricewaterhouseCoopers mit organisiert hat. Das wird der heutige Tag mit sich bringen, ich bin schon gespannt auf die Befragung. Und wie gesagt, wir haben genug Popcorn mit, wenn jemand noch gerne davon haben möchte, dann bitte einfach melden.